Hallo und herzlich Willkommen, ich bin euer Mr. Wanner 1974 und wir sind bei Castle Ranger Symphony of the Night Volk Drillzin. Kann man nachher? Ich glaube ja. So, kann ich dich jetzt one killen? Naja gut. Aber noch zwei. Du bist definitiv schon kein Gegner mehr für mich. Achso, hier ganz wichtig für die Leute, die das wissen wollen. So sieht es jetzt mittlerweile aus. Ich zeige euch das ja immer gerne. Oder das Damaskusschwert ist doch schon mal ein schönes Spielzeug. Was ist denn da? Komme ich da unten hin? Das will ich jetzt mal wissen. So, das wäre hier, ne? Dann wüsste ich doch jetzt. Ja, ja, mach da einen komischen Schutzschild. Ja, ja, das ist toll. Das kannst du jetzt drei Wochen machen, aber... Dann mach ich dich tot. Tja. War nicht so gut der Plan, denke ich. Äh, ah! Naja. Finde ich jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ist vielleicht irgendwas, was man noch machen kann? Äh, toll. Das war natürlich ein Secret, das hat sich die ganze Arbeit gelohnt. So. Jetzt könnte ich mir eigentlich... Spaßes halt... Obwohl, das kann ich... Kann ich auch gehen. Ich muss sowieso Geld und Levels haben. Warum ziehe ich eigentlich wieder voll daneben, wie voll blind, Mann? Ja, und Bernie Blindmann lasse ich mir bald patentieren. Der kriegt seinen YouTube-Kanal. Der macht, glaube ich, nur Blind-LPs übrigens. So. Kann man den Weg auch drehen. So. Eigentlich ist die Bukula. So, jetzt wollen wir mal gucken. Das könnte ich... Alter! Das könnte ich ja eigentlich mal... Ich hab die Steinmaske an. Also bringen die Steinmaske gar nichts. Ja. Dafür ist das jetzt nur ein Kill. He, he, he. So. Kannst du mich versteinern, wenn du lustig bist? Ah, ich hasse das. Mein Gott. Da muss ich definitiv gegen diesen Versteigerungsscheiß... ...muss ich auf jeden Fall auch was haben. Das drehe ich hier auch am Rad. Schön. Drei Dinge und tot. Okay, du bist nicht mehr so beeindruckend. Mach dich in In-Fight-Platt. Okay, also das hat sich deutlich verändert zur letzten Schlacht. Achtet mal übrigens, wie das im Hintergrund aussieht. Ich glaube, ob ihr mal drauf geachtet habt. Mit dem Auge. Ja, Ammosphäre ist natürlich absolut genial. Ah, da hab ich so Spaß dran gehabt. Ich glaube, das hab ich ja schon mehrfach erwähnt, dass das ein Must-Have-Titel war für Playstation. Playstation 1. Das ist wirklich superkomplex. Und das ist eben auch für... Selbst für Castlevania-Verhältnisse ist das superlang. Äh. Hä? Was soll denn da was sein? Okay. Da ist nix. Guck, was ist denn da? Kann ich auf jeden Fall auch hin. Da müsste ich doch jetzt... Da müsste ich doch jetzt hinkommen. Ja. Aber da ist... Obwohl, das hab ich doch, ne? Ja, genau. In blauen Türen kann ich. So. Okay, das war ein Schalter. Was hat der mir jetzt gebracht? Nicht Spoilen da draußen. Hä? Ich vermute mal, irgendeine Tür ist jetzt im Schloss auf. Was geilste ist, dass ich jetzt nicht weiß, welche. Egal, wir haben einen Schalter betätigt. Das ist gut. So. Ist das noch irgendwas, was man... Muss man hier noch irgendwo hin? Ah. Hahaha. Ich kann nie austanzen. So. Das ist schön. Oder ist das der Schalter gewesen? Hier war ich aber noch nicht, ne? Äh. Okay. Ist da oben irgendwas? Nö. Also hier, es gibt versteckte Räume. Es gibt, äh... Versteckte Schalter. Äh. Also es wird auch ein harter Kampf, bis die Map complete ist. Okay. Da war ich auch noch nicht. Das ist gut. Bin hier total gespannt, wo ich hier bin. Unterirsche Kavernen. Was war das denn? Ach, du warst das. Ich wollte schon sagen. Halt. Weißt du was? Weil ich dich so scheiße finde, bist du jetzt dran. Und du auch, mein Freund. So. Nein. Nein. Das ist die Kohle. Ja, hier geht's auch um. Den kapitalistischen Vampir. So. Was haben wir da schon was drin? Das ist die Kohle. Okay. Ich hätte sie die Edelstalle noch verkaufen können, ne? Fällt mir auf. Das war letztes Mal. So. Was haben wir denn da schon was? Da haben wir gar nichts, was angezeigt wird. Das ist interessant. Das ist mal interessant. Mal gucken. Also da muss ich das mal einen Lärm geben. Warte mal. Dürfte das wahrscheinlich hier ein Save-Punkt sein. Das ist auch. Save-Punkte mangelt es Gott sei Dank in diesem Game überhaupt nicht. Davon gibt es echt mehr als genug. Also das war auch nie das Problem. Aber auf jeden Fall bin ich schon wieder da, wo ich noch nicht war. Ich bin ein wenig maßlos overpowered, mein Freund. Das ist dumm für dich und für mich. So. Dann geht's da weiter. Hier geht's gar nicht. Das finde ich einmal sehr gut. Gute Erfindung. Das Tuch. Was macht denn das Tuch? Hier übrigens wieder für die Leute, die das interessiert. Schützt den Kopf. Und senkt die Intelligenz. Warum nehme ich den eigentlich nicht? Ach so. Dann geht's die Defense runter. Okay, den kann man nicht kaputt machen. Was hat mir jetzt das Tuch gebracht? Ich meine... Ich nehme es. Ja? Hast du noch mal Glück gehabt, du Idiot. So, da kann ich nicht her, ne? Das ist der neue Weg nach unten. Da muss ich aufpassen. Da geht's gleich irgendwo weiter. So, tschüss. So, also hier kann ich auf jeden Fall rumlaufen. Hier darf ich auch mit dem Level sein. Das merkt man. Nun, nicht wahrscheinlich sogar... ...einigen Punkten-Maßlos overleveled. Aber das ist das Problem immer bei diesen, ähm... Da bin ich im Falschen. Es gibt noch einen anderen Weg. Aha! Aha, 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 aha. Das machen wir mal gleich. Erstmal rollen wir mal hier ein bisschen auf. Ich will den jetzt mal eben abholen. Äh? Du magst sein, dass du eine riesen Lanze hast, aber... ...ich habe... ...die schlärfliche Klinge, oder... ...noch geschmackloser zu antworten. Ich kann mit der Länge was erreichen. Oder weg. So. Was aber... Was aber erinnert die Stage? Okay. Dann geht's weiter. Wahrscheinlich kein Safe-Punkt. Haha, woher wegen. Oh, dann geht's hier noch weiter nach unten, ne? Was bist du denn? Shitake-Pilz. Ein Gift. Das ist ja geil. Ja, super. Wie geil ist das denn? Wir sind in den Katakomben. Moment, ich will das aber oben noch abräumen. Geil. Geil. Wir sind... ...in der Ecke. Ja, stimmt. Da mussten wir auch schon mal. Da hätten wir wahrscheinlich auch schon wesentlich früher sein müssen. Ah Gott, die Achse gefällt mir immer besser. Wobei sonst natürlich die Schwerter auch als Sekundäre dafür jetzt nicht so schlecht sind. Hier bin ich richtig. Okay. Haben wir abgeräumt. So. Das heißt, ich hätte da runtergehen müssen. Kann ich denn da... Bin ich in der anderen Ecke? Das bin ich natürlich... Ihr kennt mich. Nein. Das wäre nicht das für mich. Das bin ich natürlich ein bisschen neugierig. Was sinnvoller ist. Ich werde mal gucken, ob wir nach rechts kommen. Wenn nicht, dann müssen wir tatsächlich... ...einmal noch hoch und den anderen Weg. So. Mal ab mit dir. So. Da sind die Giftwäsche. Das weiß ich noch. Die sind giftig. Genau. Hier komme ich nicht hoch. Hier würde ich dementsprechend auf der anderen Ecke runterfallen. Aber da ist ja noch was. So. Jetzt haben wir zwölf Minuten. Ich will aber auf jeden Fall noch ein bisschen gucken hier. Sofalls wird das halt mal über 15 Minuten. Diese nur 15 Minuten aufnehmen. Grüße an diese tollen Experten, die das alle besser wissen. Macht doch einfach mal ein Let's Play und halt die Fresse. Das ist schon cool, wenn ich das mal sagen darf. Bin ich unten. Katzin? Ihr seid doch bescheuert. Boss Fight. Na gut. Ich bin maßlos overleveled. Aber ja, für die Ecke hier. Ach du Scheiße. Was wir denn einsammeln sollten? Ach du meine Frisse. Das ist scheiße, wenn ich das mal sagen darf. Ja toll. Das ist mir jetzt nicht so sonderlich. Nein, 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 nein. Ich brauche erstmal was. Damit ich mich damit bewegen kann. Die Musik geht weg. Das gefällt mir ganz und gar nicht. War das sinnvoll? War das sinnvoll? Ich hab gar nichts mehr mitgehezt von dem Boss. Schön. Oh, der Boss ist platt. Was macht denn der Kristallmantel? Äh, hallo? Nein. Okay. Was macht der irgendwas? Ist er dann irgendwann unsichtbar, oder? Was bringt mir das jetzt? Ich meine nicht, dass ich das so, dass ich das uncool finde, aber, wann bringen wir das? Das können wir jetzt mal in die Kommentare hauen. Das ist interessant immer. So, das heißt, wir haben dann... Ach, das Wasser ist weg. Sehe ich das richtig? Dann würde ich sagen, räume ich das Ding nochmal eben kurz ab. Rumpschwert. Bäh, da hat sich was geiles aus. So, aber das kriegen wir jetzt hier mal. Moon Eyes, naja, super. Aber gut, immerhin müssen wir hier nicht rumschwimmen. Das haben wir abgeräumt. Schön, wenn ich das mal sagen darf. Ich zucke immer. Weil der lebt nämlich tatsächlich, das müsst ihr dazu wissen, auf der PSP tatsächlich nach. Was man übrigens witzigerweise auf der Playstation, glaube ich, gar nicht mitgekriegt hat. Weil das Spiel ist auch nicht so krisengroß, das muss man dazu sagen. Sondern das meiste ist eigentlich groß, die Audio-Tracks auf der PSP, glaube ich, haben sie aber alle irgendwie einen Fall gemacht. Ja, ist doch putzig. Finde ich schön. Dann würde ich sagen, ist hier eine gute Gelegenheit, hier einen Cut zu setzen. Ich bin euer MrWenna1974. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Und dann sehen wir uns in Folge 14 wieder. Bis dann. Ciao.